Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rackers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat die Bürger in Chemnitz dazu ermutigt, weiter gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus die Stimme zu erheben. Merkel besuchte die Stadt knapp drei Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 35-Jährigen und den folgenden Demonstrationen und Übergriffen. Die Kanzlerin äußerte Verständnis für Sorgen und Empörung, dies rechtfertige aber keine Straftaten. Vor der Veranstaltungshalle demonstrierten hunderte Menschen gegen Merkel und deren Politik. Gespannte Atmosphäre im Leseforum der Chemnitzer Hartmann-Fabrik. Drei Monate nach der tödlichen Messerattacke auf einen Deutschen stellt sich die Kanzlerin den Fragen ausgewählter Bürger. Die Erwartungen an diesen Dialog sind hoch. Ich erwarte, dass die Bundeskanzlerin uns Antwort gibt auf Fragen, warum die Sachsen als Nazis pauschal dastehen, warum sie das in den Medien nicht unterbunden hat, dass wir pauschal als Nazis dargestellt werden. Und erwarte Auskünfte zu ihrer Flüchtlingspolitik, wie sie sich das vorgestellt hat, weil ja nun mittlerweile auch Fehler offensichtlich geworden sind, die man korrigieren muss. Für mich zählt einfach der Akt, dass sie da ist. Und ja, dass sie mit uns redet, beziehungsweise einmal ein offenes Ohr hat für die Bürger von Sachsen und Chemnitz. Rückblick. In der Nacht zum 26. August wird der Deutsch-Kubaner Daniel H. getötet. Die Verdächtigen stammen aus Syrien und dem Irak. Anschließend kommt es zu ausländerfeindlichen Übergriffen. Die Stadt macht international Negativ-Schlagzeilen. Viele Bürger in Chemnitz sind darüber entsetzt, die Stimmung gespalten. Im Bürgerdialog werden Ärztemangel, Bankenkrise und besonders Merkels Flüchtlingspolitik kritisch hinterfragt. Wir haben Menschen, von denen wir nicht wissen, wo sie untergetaucht sind, wer sie sind, mit Mehrfachidentitäten und, und, und. Wenn das immer so weitergeht, so schaffen wir das nicht. Als die Menschen bei uns waren, glaube ich, war es human oder menschlich richtig, sie aufzunehmen. Und seitdem arbeite ich, das habe ich auch gesagt, daran, die Zahl der zu uns Kommenden, das haben wir auf Ihre Frage geantwortet, die Zahl der zu uns Kommenden und illegal zu uns Kommenden weiter zu reduzieren. Merkel räumt Fehler in der Flüchtlingskrise ein, betont aber, dass rechtsradikale Aufmärsche durch nichts zu rechtfertigen seien. Auch heute demonstrierten wieder hunderte Menschen in Chemnitz gegen die Politik der Kanzlerin. Aufgerufen hatte die rechte Gruppierung pro Chemnitz. CSU-Chef Seehofer hat heute einen Termin für seinen angekündigten Rücktritt als Parteivorsitzender genannt. Er werde sein Amt am 19. Januar zur Verfügung stellen, teilte Seehofer schriftlich mit. Ein Sonderparteitag solle dann über seine Nachfolge entscheiden. Als Favorit gilt der bayerische Ministerpräsident Söder. Zu seiner Zukunft als Bundesinnenminister äußerte sich Seehofer nicht. In Magdeburg hat der Europaparteitag der AfD begonnen. Bis Montag wollen die Delegierten die Kandidaten für die Europawahl im kommenden Mai bestimmen. Als Spitzenkandidat ist bereits heute Jörg Meuthen gewählt worden. Überschattet wird der Parteitag von der Affäre um Großspenden aus dem Ausland an den Kreisverband von Alice Weidel. Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag weist alle Vorwürfe gegen ihre Person entschieden zurück. Auch der Bundesvorstand stärkte Weidel. Dem Eindruck, Alice Weidel könnte in der AfD alleine dastehen, tritt der Bundesvorstand heute entgegen. In einer Presseerklärung heißt es, Weidel habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie selbst hat einen Anwalt mit der Aufarbeitung der Spendenfälle beauftragt. Ich weise alle erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Das ist eine Attacke, um mich politisch und persönlich zu diskreditieren. Nach neuen Recherchen von NDR, WDR und SZ floss von der niederländischen Stiftung, die an Weidels Kreisverband Spenden überwiesen hatte, 2016 offenbar auch eine Spende von 49.000 Euro an den Landesverband NRW. Der damalige Landesvorsitzende betont, wegen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Spende sei das Geld umgehend zurück überwiesen worden. Wir haben die ja nicht aus Jux und Dollerei zurückgezahlt, sondern wir haben sie zurückgezahlt, weil wir festgestellt haben, da ist eine Wand und man kommt eben an den eigentlichen Spendern nicht ran. Doch die AfD-Spitze wendet sich nun den Europawahlen zu. Parteichef Gauland umreist sein Konzept eines Europas der Vaterländer. Ein freies, vielfältiges, patriotisches, traditionsbewusstes, allen Utopien gegenüber Skeptisches, der Zukunft mit einer Mischung aus Realismus und Vertrauen in die eigene Kraft entgegensehendes Europäertum. Als Spitzenkandidat tritt nur einer an. Parteichef Meuthen kündigt neue Bündnisse an, die das EU-Parlament grundlegend verändern sollen. Heinz-Christian Strache zum Beispiel von der österreichischen FPÖ, Matteo Salvini von der italienischen Lega, Viktor Orban aus Ungarn, um nur drei zu nennen. Das, das sind unsere natürlichen Verbündeten. Mit 90 Prozent der Stimmen wird Meuthen gewählt. Die AfD-Spitze hat sich klar hinter Alice Weidel gestellt und damit möglich gemacht, dass dieser Parteitag sich nun Europa widmen kann. Und doch geht es bei den Gesprächen der Delegierten immer noch auch um dubiose Spenden und um die Unzufriedenheit mit der Fraktionsführung in Berlin. Themen, die die Partei noch länger beschäftigen dürften. In Hessen können Union und Grüne rechnerisch auch künftig die Regierung stellen. Das geht aus dem amtlichen Endergebnis hervor, das heute, knapp drei Wochen nach der Wahl, veröffentlicht wurde. Bei der Auszählung hatte es mehrere Pannen gegeben. Nach dem Endergebnis kommt die CDU auf 40 Sitze, die Grünen auf 29. Somit gäbe es eine Stimme Mehrheit für Schwarz-Grün. Die SPD wurde mit 66 Stimmen Rückstand drittstärkste Kraft und stellt ebenfalls 29 Abgeordnete. Die AfD kommt auf 19 Mandate, die FDP auf 11 und die Linke auf 9 Sitze. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis ändert sich an den Mehrheitsverhältnissen nichts. Die CDU bot den Grünen am Abend Koalitionsverhandlungen an. Der durch den Dieselskandal angeschlagene Volkswagen-Konzern will seine Zukunftsinvestitionen ausweiten. Bereiche wie Elektromobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung sollen in den nächsten fünf Jahren mit knapp 44 Milliarden Euro gestärkt werden, teilte der Konzern heute mit. Das sind 10 Milliarden mehr als zuletzt veranschlagt. Die Investitionen sollen auch durch Einsparungen in anderen Bereichen finanziert werden. Die Vorfahrt gräuschlos dank Elektromotor. Die VW-Führungsriege versäumt nicht, Eigenwerbung zu machen für die E-Modelle, mit denen der weltgrößte Autobauer auch künftig seine Spitzenstellung behaupten will. Die Ausgaben dafür enorm. Wir machen Tempo bei den Zukunftstechnologien und beim notwendigen Umbau unserer Werke. Bis Ende 2023 wollen wir knapp 44 Milliarden Euro allein in die Zukunftsthemen Elektromobilität, autonomes Fahren, neue Mobilitätsdienste und in die Digitalisierung investieren. Die Batteriezellenforschung von VW. Der Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotoren kostet erstmal viel Geld. Deshalb will der Konzern wesentlich effizienter und profitabler werden. Das allerdings wird auch Arbeitsplätze kosten. E-Fahrzeuge sollen künftig an den deutschen Standorten Emden, Hannover und Zwickau gebaut werden. Und bis 2028 gibt es eine Beschäftigungsgarantie. In Zeiten der prekären Beschäftigung ist das zumindest aus unserer Sicht ein großer Erfolg. Der Abschied von Benzin und Diesel. Experten halten den Kurs von VW für zwingend, weil längst überfällig. Man hat enorme Rückstände, insbesondere auf Tesla, aber auch auf Renault-Nissan und chinesische Automobilhersteller. Da wäre man jetzt weiter, wenn man schon früher begonnen hätte. Nun aber kommt der größte Umbau in der Unternehmensgeschichte. Roboter für den Bau von Elektroautos warten schon. Ein Reporter des US-Nachrichtensenders CNN darf per einstweiliger Verfügung wieder an Pressekonferenzen im Weißen Haus teilnehmen. Jimmy Costa bedankte sich nach der Gerichtsentscheidung bei Journalistenkollegen für deren Unterstützung. Er war von weiteren Pressekonferenzen ausgeschlossen worden, nachdem er sich ein Rededuell mit Präsident Trump geliefert und sich geweigert hatte, das Mikrofon zurückzugeben. CNN sah durch den Ausschluss die Pressefreiheit eingeschränkt. Vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur ist am Abend eine russische Soyuz-Rakete zur Weltraumstation ISS gestartet. Der Transporter vom Typ Progress soll Nachschub zur ISS bringen. Es ist der erste Versorgungsflug seit dem Fehlstart einer bemannten Soyuz vor etwa einem Monat. Derzeit hat der deutsche Astronaut Gerst das Kommando an Bord der Raumstation. Er soll am 20. Dezember zur Erde zurückkehren. Die ARD-Serie Lindenstraße wird eingestellt. Seit mehr als drei Jahrzehnten gehören die Geschichten um Mutter Beimer, Andi Zenker und die anderen Bewohner der fiktiven Straße sonntags zum deutschen Fernsehalltag. Damit soll nun im März 2020 Schluss sein. Wie die ARD heute mitteilte, sei dies die Folge von steigenden Produktionskosten und zugleich rückläufigen Zuschauerzahlen. Das ist die Melodie, die seit 33 Jahren die Fans der Lindenstraße am frühen Sonntagabend vor die Fernseher zieht. Mit Geschichten und Schicksalen, die nicht nur berühren, sondern auch das Leben hierzulande widerspiegeln. Und mit Szenen, die TV-Geschichte schrieben, wie dem ersten schwulen Kuss in der ARD. Gerade zu Kult wurde nicht nur die Spiegeleier bratende Mutter Beimer, auch die Sendung überhaupt. Kein Wunder, dass die Lindenstraßen-Fans mit dem Aus der Serie hadern. Im Moment kann ich mich mit dem Gedanken noch nicht anfreunden. Ist eben das Ende einer Ära. Die Lindenstraße zeichnete aus, dass sie mit der Zeit ging und aktuelle Themen aufgriff. Für den langjährigen Produzenten Hans-W. Geissendörfer ist die Entscheidung der ARD, die Lindenstraße auslaufen zu lassen, unverständlich. Und für den WDR schmerzlich. Mir persönlich tut das sehr leid. Die Lindenstraße ist ein Stück Fernsehgeschichte, aber es ist eine Entscheidung der ARD als Gemeinschaft. So eine Serie ist teuer. Unsere Etats sind knapper. Wir haben viele neue Aufgaben in der digitalen Welt. Und ehrlicherweise sind leider auch die Zuschauer in den letzten Jahren immer weniger geworden. Während der Tod Lindenstraßen-Urgestein Hans Beimer ziemlich unspektakulär ereilte, soll die Serie bis zum Schluss noch für viele unvergessliche Momente sorgen. Nach dem Finale im März 2020 bleiben der Griff zu DVDs oder Online-Angeboten, um in alten Lindenstraßen-Zeiten zu schwelgen. Er spielte den NS-General im Oscar-prämierten Film Mephisto und den König im Märchenklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Nun ist Rolf Hoppe im Alter von 87 Jahren gestorben. Hoppe startete seine Laufbahn in Erfurt und wirkte schon zu DDR-Zeiten regelmäßig bei internationalen Filmproduktionen mit. Als künstlerische Heimat bezeichnete er aber das Theater. Schauspielen war sein Leben, vielseitig seine Rollen. Immer suchte Hoppe das Widersprüchliche in den Figuren, scheute sich nicht, auch die Abgründe der menschlichen Seele zu zeigen. Oscar-prämiert gelang das in Mephisto. Rolf Hoppe als Nazi-General an der Seite von Klaus-Maria Brandauer. Ich habe es mir praktisch zur Aufgabe gemacht, wenn irgend möglich, einen Faschisten so zu spielen, dass man die Gefährlichkeit, die Demagogie vor allen Dingen erkennt. Den Bösen mimte Hoppe auch in den DEFA-Indianer-Verfilmungen an der Seite von Gojko Mitytsch. Er drehte aber auch in der alten Bundesrepublik die Frühlingssinfonie zum Beispiel mit Nastasja Kinski. Lebensmittelpunkt aber blieb all die Jahre Dresden. Dort spielte er viele Jahre und unzählige Rollen am Staatstheater. Und in Dresden erfüllte er sich im Alter auch den Traum von einem eigenen Hoftheater und sagt selbst, er habe Glück gehabt durch seinen Beruf. Sein Leben zu leben, spielend wie ein Kind und im Alter noch spielend die Familie zu ernähren. Ein Glück, mit dem Rolf Hoppe Millionen Menschen verzaubert hat. Nicht zuletzt auch im Märchenklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der, wie Rolf Hoppe, seit Jahrzehnten Generationen berührt. Aus Anlass des Todes von Rolf Hoppe hat das Erste den Märchenklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ins Programm genommen. Morgen Vormittag um 11.25 Uhr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 17. November. Das Hoch über Mitteleuropa hält tiefs von uns fern. Allmählich strömt von Osten kältere Luft zu uns. In der Nacht ist es vielerorts klar, vom Oberrhein bis nach Oberbayern bleibt der Nebel erhalten. Am Tag verbreitet sonniges Wetter, längere Zeit neblig trüb ist es noch am Oberrhein und am Bodensee, im Norden dichtere Wolken. In der Nacht 5 Grad auf Fehmarn, minus 5 Grad im Vogtland. Am Tag 4 Grad in Erfurt, 11 Grad in Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag im Nordosten Hochnebel, etwas Regen, abseits der Nebelregionen Bodensee, Schwaben, Oberbayern, viel Sonne. Am Montag ist es im Südwesten noch zeitwasserfreundlich, sonst Wolken oder Hochnebel, örtlich etwas Regen oder leichter Schneefall. Am Dienstag schneit es ab und an, im Flachland Schneeregen oder Regen. Gegen 23.15 Uhr begrüßt Ingo Zamperoni sie mit diesen Tagesthemen. Später Besuch, wie Angela Merkel mit der Empörung in Chemnitz umgeht und Großbrände in Kalifornien, die schwierige Suche nach Hunderten Vermissten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017